Moin Marvin, du sitzt hier, weil es Neuigkeiten gibt. Magst du das einmal selber erzählen? Ja, ich wurde für die beiden Länderspiele des DFB nominiert. Dafür schon mal herzlichen Glückwunsch von uns natürlich. Es ist deine erste Nominierung für die Nationalmannschaft. Was bedeutet dir das? Einiges. Ich glaube, dass man merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ganz klar, dass ein Traum in Erfüllung gehen wird. Du sagst, ist das so ein Kindheitstraum wirklich? Ja, absolut. Ich glaube, höher kann man nicht kommen im Fußball, wenn man für sein eigenes Land spielen darf. Und deswegen glaube ich schon, dass da so ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung geht. Wie lief das denn ab? Ich glaube, das interessiert alle Werder-Fans. Klingelt da das Handy und dann ist da eine unbekannte Nummer und dann überlegt man, gehe ich da jetzt überhaupt ran oder wie muss man sich das vorstellen? Tatsächlich so war es bei mir. Er hat mich die Nummer vom Julian Nagelsmann angerufen, die ich natürlich nicht in mein Handy eingespeichert hatte. Und hat mir dann mitgeteilt, dass ich für die beiden Länderspiele jetzt nominiert bin. Jetzt mal ganz ehrlich, glaubt man das dann direkt? Also ich meine, da ruft ja dann jemand an und sagt, hey moin, hier ist der Julian. Oder denkt man sich da erst, jetzt verarscht mich irgendwie einer von meinen Mannschaftskollegen oder so? Ähm, ich glaube schon, dass man ein Stück weit auch denkt, dass es eine Verarsche ist. Gerade weil das Thema ja auch ein bisschen medial war, dass man sich da schon dann gedacht hat, okay, jetzt scherzt irgendjemand, weil es doch schon relativ nah an der Verkündung des Kaders ist. Aber ich glaube, ich habe relativ früh dann auch die Stimme erkannt und dann war mir schon klar, dass es der Bundestrainer ist. Du sagst es, es war jetzt ja so in den Medien, es war irgendwie ein Thema. Wie sehr hat es dich überrascht, dass es dann wirklich dazu jetzt gekommen ist? Ähm, ja, schon überrascht. Und zur einen Seite, aber zur anderen Seite, ähm, dafür habe ich ja auch von vornherein gesagt, dass es irgendwie auch mein Ziel ist, wofür ich hart arbeiten möchte, um vielleicht nochmal eine Chance, mich ja in den Vordergrund zu spielen. Und, ähm, ja, bin umso glücklicher, dass das dann auch, ähm, jetzt belohnt wurde. Dann hat man dieses Gespräch gehabt, man legt auf. Was war dann? Wem hast du es zuerst erzählt? Wie hast du, hast du dann erstmal irgendwie fünf Minuten gebraucht, um einmal durchzuatmen und das zu verarbeiten? Oder wie war das? Ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt, sehr, sehr nervös. Ähm, das kenne ich eigentlich so gar nicht von mir. Aber, ähm, in dem Fall war es definitiv so. Ähm, ich habe kurz auch am ganzen Körper gezittert, muss ich ehrlich sein, weil, wie gesagt, das ist halt ein Kindheitstraum gewesen. Ähm, und ja, habe dann nach dem Telefonat kurz einmal durchgeatmet, ähm, das so ein bisschen versucht, direkt zu realisieren, was aber irgendwie noch nicht ging. Und, ähm, dann habe ich direkt meinen besten Freund angerufen. Hast du schon mit Lücke gesprochen? Weil ich glaube, das ist was, was viele Werder-Fans sich dann fragen, dass ihr da ja jetzt die Möglichkeit habt, wieder zusammenzuspielen. Ich habe ihn tatsächlich versucht, Adeln auch zu erreichen irgendwann, ähm, er ist aber nicht drangegangen. Aber hat mir dann am, ähm, am Abend haben wir dann kurz getextet. Jetzt sind das Länderspiele gegen die Türkei und gegen Österreich und damit, äh, unter Umständen ein Spiel, äh, gegen Romano für dich. Ähm, habt ihr beiden da schon drüber gesprochen? Ja, wir haben, äh, klar haben wir da kurz mal drüber gesprochen, aber, äh, ja, ich bin jetzt erstmal froh, äh, ja, dabei zu sein, zu lernen von den besten Spielern Deutschlands. Und, ähm, ja, versuchen dann auch irgendwie meine Stärken mit einzubringen und, ähm, ja, man weiß nie, vielleicht kommt ja dann, äh, das Spiel zustande. Wir freuen uns dann auch schon, wenn es den ersten Freistoß gibt. Ja! Vielen Dank, Duxi, und viel Erfolg! Danke sehr!